Allmohr gut. Reitz ein bisschen zu leichtgewichtig im Zweikampf. Xavi Egel, das wird tot. 14. Minute. Xavi Simons. Geht im Mittelfeld los. Xavi hat mich mit Reitz fragen wollen. Ich habe mich geantwortet, weil ich die Situation vorgeahnt habe, wenn Xavi am Ball ist, im 16er. Es ist ja nicht nur gefährlich, das ist immer traumhaft. Ich glaube, ich erinnere mich beim Heimspiel gegen Leverkusen, dieses Tor, heute auch wieder. Tolles Tor, aber hier, Römer setzt sich durch. Wir haben vorher schon einen anderen Zweikampf verloren. Und dann natürlich das schnelle, tiefe Spiel, der Doppelbauch vom Bouncen und natürlich wieder von Xavi ein Tor. Fahne bleibt unten, Openda, Openda mit dem Lupfer und dem 2 zu 0, dann geht die Fahne hoch. Köln wird es überprüfen. Netz oben? Netz oben, ne? Also Tendenz, kein Abseits. Die kalibrierten Linien in Köln werden in Alarmbereitschaft gesetzt, versetzt. Das ist kein Abseits. Die erste Einstellung. Leicht verzerrt. Ja, war leicht verzerrt. Ah, es geht um Millimeter. Aber Netz muss das sehen, er steht ganz außen, in der Mitte, wenn einer ist, dann kann er nicht nach links und rechts schauen. Aber Netz hat den Blick von oben links nach unten rechts, von unserer Seite aus gesehen. Und ja, wenn er jetzt ist, das ist kein Abseits. Ja. Also der Standbild war, aber es ist kein Abseits. Millimeter. Abstand wird immer kleiner. Openda gestern, 24. Geburtstag. Openda zählt 2 Zentimeter, war ich nicht im Abseits. ично? Nee. Nothing gamblers.